Liebe Schüler und Schülerin der zweiten Klasse, Hallo, guten Morgen und wie geht es euch? Zuerst wir beginnen mit Dialog, meine Mutter. Dialog, es heißt meine Mutter. Bitte alle öffnen die Pusher, ja auf Seite 22. Alle öffnen die Pusher, ja auf Seite 22. Alle bitte sprechen nach, Hallo Mama, Planetino, das ist meine Mutter. Das ist Dialog zwischen Planetino und Steffi und die Steffi Mutter. Der Dialog, wir sind Planetino, wir sind Mutter von Steffi, Mama mit Steffi und Steffi. Zuerst Steffi sagt, Hallo Mama, Planetino, das ist meine Mutter. Hallo Mama, Planetino, das ist meine Mutter. Die Mutter sagt, Steffi, wer ist das denn? Steffi sagt, das ist Planetino. Die Mutter sagt, wie bitte, wer bist du? Wie bitte, wer bist du? Bitte ist Planetino, wer bist du? Dann antworte Planetino, wie bitte, wer bist du? Planetino, okay. Und woher kommst du? Und woher kommst du? Aus Planetanien, aus Planetanien. Na, so, was? Na, so, was? Okay, jetzt ist wir hören, diesen Dialog noch einmal, aber von der Kassette. Wenn es mal um die Kassette ist, fünf, eins. Hallo Mama, Planetino, das ist meine Mutter. Steffi, wer ist das denn? Das ist Planetino. Wie bitte? Wer bist du? Planetino. Und woher kommst du? Aus Planetanien. Na, so, was? Na, so, was? Okay, jetzt erklären wir dich bergen Wörter. Hallo Mama, das ist meine Mutter. Alles klar? Hula, wathab. Steffi, wer ist das denn? Wer gleich who? Wer gleich who? Ja? Wer? Wer ist das denn? Who ist dieses? Das ist Planetino. Taib, die Mutter hört nicht gut. Die Mutter hört nicht gut. Die Mutter hört nicht gut. Die Mutter sagt, wie bitte? What? Wie bitte? What? Wer bist du? Who are you? Wer bist du? Planetino. Und woher kommst du? Woher kommst du gleich from where you come? Woher kommst du? Aus Planetanien. Ich komme aus Ägypten. Anna gehe من Ägypten, Masr. Aber Planetino kommt aus Planetanien. Okay? Na, sowas. Ich bin zuerst, wir nehmen wer gleich who. Woher gleich from where. Wie bitte? Gleich what. Ja? Bitte, jeder von euch, liest den Dialog noch einmal zu Hause. Kulwaha di'ura Dialog. Mehr eins einmal. Akta al-mimara. Zu Hause. Und wir ergänzen diesen Dialog bis nächstes Mal. In shu'allah. In kamilu maragai. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.